Ja, aber die Wintermod, die gibt schon was her. Sieht recht neues aus, ja. Na, es ist halt, klar, ne? Ja, werde ich auch mal gucken. Es ist halt grau in grau. Ja, aber passt ja dann zu der Zeit einigermaßen. Ja, ja, klar. Ich wollte mir die Herbstmod jetzt einfach auch nochmal angucken, vorher. Hm, so ist der Winterblues, wenn ich so lang fährst. Ja, so ein bisschen, ne? Schon, ja, weil es halt wirklich grau in grau und trist ist, ne? Mhm. Ja, trist ist bei mir auch. Aber, ja, gut, das liegt halt an egalen Bäumen überall. Ja. Und hier hast du doch halt noch Schnee mit dabei. Und diese kahlen Bergspitzen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du jetzt anspielst. Die kahlen Asten. Ja, kahlen Asten, genau. Ich glaube, bis das hier veröffentlicht wird, haben sie das Easter Egg endlich gefunden. Ja. Bis zur Seite. Können mitlachen. Na, ich hoffe's. Wobei, in dem Stream, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja schon wieder einer gefragt, ne? Ja. Auf welcher Linie in Wuppertal ist denn das Easter Egg? Ja. Ah, herrlich. Immer dasselbe. Mhm. Ah, schön. 17 Uhr und es wird langsam dunkel. Mhm. Ja, bei mir noch nicht ganz. Aber es sieht so danach aus, als würde es bald anfangen. So, warum stehen wir hier rum? Es ist frei. Keine Sau fährt den Kreisverkehr gerade entlang. Ja, weil frei ist. Deswegen stehen die rum. Die müssen nicht arbeiten. Da fahr ich jetzt links vorbei, ist mir scheißegal. Komm nicht damit klar, dass der Kreisverkehr leer ist. Hoppala. Ja. Echt mal, die sind da nicht gewöhnt. Oder leiten vor. Leer Kreisverkehr, wo gibt's denn sowas? Auch nicht mit dem Auflieger. Ups. Ja. Das Auto. Ist nicht meins, von daher. Können wir wieder aufhören zu regnen hier. Ich wäre mal froh, wenn es bei mir auch schneiden würde. Zwischen die Regen. Extra die Regenwahrscheinlichkeit hochgestellt. Kommt noch. Mhm. Ich kann dir nur sagen, du siehst nichts. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das ist ja das Traum, worauf ich warte. Aber hier ist irgendwie kaum, äh... Kaum Wolken. Mal hier und da mal eine. Ich bin ja gleich schon beim Zielort. Echt? Ja. Ja, Gerd ist ja auch... Irland ist jetzt nicht so riesig. Ja, das stimmt. Mh, Irish Coffee. Was hast du für ein komisches Popcorn? Ich meinte wegen Irland. Achso. Das hatte jetzt... Das hat ernsthaft Sorgen. Nee, so schlimm ist dann doch noch nicht. Ja, ich war gerade am fragen. Hat er sich im Edeka so vergriffen? Da stand doch Säute drauf. Hör auf zu blinken. Ich hab kein Fernlicht an. Lügt nicht. Ich hab nur gesellschaftlich unverträgliche Scheinwerfer. Achso. So. Mhm, klar. Mehr nicht. Ich bin auf der A9. Ich bin in Lundendary. Nicht spät ist es bei dir dunkel. Ja. Der bei mir ist 15.14 Uhr. 20 vor 6 hab ich's. Ich hab's viertel nach 8. Also 20.16 Uhr. AM oder PM? 20.16 Uhr. PM. Past Mittag. Ja, genau. Nicht am Mittag. Nein, es ist ja at morning und past morning. Wee! Ah, komm, Jude. Gib mal ein bisschen Gas. Mhm, mhm, mhm. Werkstatt brauchen wir nicht. Ach, ja, super. Ist ja schön, dass ihr zwar die Kreuzung an den Ampeln freihaltet, aber nicht die Firmeneinfahrt. Warum auch? Da hat ja auch keiner rein zu wollen. Genau. Ja, ich quetsch mich da rein. Du kannst aber mal sehen. Ich kann's aber mal sehen jetzt hier. Also ich bin jetzt Olztin oder so ähnlich? Keine Ahnung. Mhm. Holztin, Pilz, ne? Nee, so ähnlich. Olztin. Das ist wie? Uch, hab ich's doch mitgenommen? Naja, pech. Noch in Polen. Aha. In Holztin, ja? Ah, nee, da vorne muss ich hin. Oder Holstein. Oder Holstin. Oder, klar. Nee, Holstein ist woanders. Ich wollte kurz sagen, ich bin nicht in Norddeutschland. Hä? Hätt ich mich ganz massiv verfahren. Massiv. Ey, oh, mein Name ist Massiv. Mit meiner Faust schlag ich tief. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, da fährt die Putscherei. Nur ja, aufpassen. Und dann gibt's wieder Ärger so schnell. Alter, hör auf, hier 60 zu fahren. So, lasst rein. Einparken in einem Zug. So geht's. Du parkst in einem Zug ein? Was die Bahn davon hält. Ja, das freu mich nicht mehr. Alter, diese gesalzene Popcorn, das macht so viel schwer. Was mich jetzt mal interessiert. Ja. Wobei, ja, was der, wegen, weil du ja vorhin nach Zielort sortiert hast. Was, wie sortiert denn der das? Was am weitesten weg ist, oder wie? Ich glaube nach Alphabet. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ne, hier ist Helsinki und danach, ah ne, ah doch, hier, Zielort. Hä, ha, 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 ha. Ich würde das jetzt mal interessieren Ah ja doch, ich hätte auch was zur Svalbard Satellite Aber alles nur ab 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 den nördlichen Ländern Mhm, okay Und wahrscheinlich viel zu weit weg, dass du da innerhalb Richtig Naja, wie immer halt Ja, ich bin ja immer noch in Irland Mhm Ich gucke jetzt einfach ganz normal nach Aufträgen Ja, oder du müsstest eine Schnellreise in die Länder machen Ja, aber Also Polen oder so Das ist schon okay Alter, fahr doch mal schneller, ey Hier ist 80 Und wenn du genau hinguckst, steht da 60 Nee, hier ist 80 Nee, das bringt mir oben alles nix Ich muss sowieso erst mal pennen Das war nur ein Wahn-Dreieck Kein Grund stehen zu bleiben Und die Putzelei Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich für die Folge schon ein Bild gemacht habe Weiaweiaweiai Ich mache pro Turm eigentlich immer nur ein Bild Ja, ich mache auch nicht viele Bilder Da war gerade ein Autobahn-Schild mit ProMods-Werbung Ja Doch nicht schlecht Sowas aber auch So, wo kann ich denn hier schlafen? Habe ich nur leider zu spät gesehen, sonst hätte ich da angehalten Ich kann hier Na komm, hör auf dir auf zu hängen Also mit der Karte hat er irgendwie Probleme Da unten kann ich schlafen Erster Aufenthalt in Elk In Elk In Elk Gut, dass hier nicht viel los ist Das ist total super Nein, du lässt mich Du lässt mich Meinst du? Der lässt dich? Ich habe ihn dazu gezwungen, mich zu lassen Also von daher Lass mich Was ist mein Land denn, sie will hier? Wo soll ich gerade sein? Kat, hör auf Was? Raus aus meinem Kopf Mein Popcorn ist bald alle Ja, aber ist sie sicher, dass das bei dir im Magen ankommt? Speck lecker dein Popcorn Löder, also sack da Die neuen Nachbarn sind übrigens voll cool Okay War eben eine junge Dame hier oben Hatte gefragt, ob es Also sie müssten halt in der Wohnung noch bohren Weil wegen Sonntag, ja Zeug anzubringen Und es wäre ja Sonntag Und sie wollten halt fragen, ob uns das stören würde Das finde ich total nett Wo hast du denn das heutzutage noch Dass die Nachbarn Rücksicht nehmen Und fragen, ob dich das stört Du nimmst ja auch keine Rücksicht nach Auf deine Nachbarn Hättest du ja auch mal vorher fragen können, ob du dich bis mitten in der Nacht aufregen darfst Ich habe extra das Fenster jetzt zu Weißt du Jetzt passiert nichts Ah, wolltest du es um 22 Uhr erst wieder aufmachen? Mhm Da müssen wir aber noch ein bisschen ETS aufnehmen bis 22 Uhr ist Ja, Wheeltime haben wir jetzt 17.12 Uhr Und dann brüll ich hier so richtig rum Dann fällt die ganze Siedlung aus dem Bett So, einmal schlafen und dann nochmal schlafen Weil, weil einmal schlafen ist nämlich dunkel Ne, ich fahre hier im Dunkeln jetzt Das tue ich mir an Ja, ich muss auch im Dunkeln fahren Warum fahrt ihr im Dunkeln? Winter? Ja 19.30 Uhr ist dunkel in Polen Ja, okay Wird erst morgen wieder geklaut War Lucida, hat's tageslich geklaut Das brauchte selber für Russland Ja, Sonnefutsch Oh, jetzt kriege ich nur noch Zeug irgendwie Ach, habe ich vergessen Die bevorzugte Auftragslänge umzustellen Weißt du Ja, habe ich Die KI darf genauso schnell fahren wie wir LKWs Und sie überholen trotzdem Weil das passt eigentlich Ja Ja, okay Der ist aber auch scheiße langsam Der Kollege vorm Ein bisschen mehr vielleicht Ahem Das ist aber auch schon Ich bin überzeugt Wie war das hier im Dunkel? Ich bin überzeugt !